Hallo liebe Wölfe-Fans, passend zur Weihnachtszeit führen ich und Max Sorens jetzt ein Battle. Wir packen jetzt Geschenke ein, Max Sorens wird eins für mich einpacken und ich packe eins für ihn ein. Wer das schönere Geschenk hat, gewinnt und ihr entscheidet. Los geht's! Das ist sie und das ist es. Das ist es. So, wir gehen. Guten Glück. Wie startet das? Und ehrlich gesagt, das macht dann doch meine Schwester. Die sind, was hier? Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut! Und das ist sehr gut. Das ist auch gut. Ich habe so ein bisschen nach Gefühl gearbeitet, habe mir einfach gedacht, nehme ich ein paar Accessoires dazu, das Rollstuhlzeichen ist ganz schön und dabei habe ich es auch gelassen. Ich denke, ich habe es relativ gut verpackt, gleich mal hier ein bisschen schöner, aber ich denke, das wird für den Sieg reichen. Es war etwas, das mir gefällt, wenn ich einen Sapent hatte und ein Kade, ich würde, dass es so ist, weil es wirklich sehr gut ist. Das ist gut. Das ist gut. So, liebe Wölfe-Fans, jetzt liegt es an euch, wer hat das Geschenk schöner eingepackt? Das ist gut. So, liebe Wölfe-Fans, jetzt ist das Bremskarte, also ist das Bremskarte, Vielen Dank.